Das ist er. Er kam aus der Nordsee und landete in der Südsee. Ja! Nein! Er sieht aus wie ein Mensch. Doch er ist keiner von uns. Er ist einer von euch. Meine Damen und Herren, du bist ein Otto! Er sieht aus wie Otto. Er spricht wie Otto. Ja, das geht in Ordnung. Ja, da könnte ich drauf verlassen, das wird sofort erledigt. Ja, wohl. Hey, du da! Bitte? Können Sie mir die Richtung nicht ein bisschen präziser angehen? Du gehe da rüber! Ach so, immer dieser Ausländer. Hurka, hurka! Er ist Otto. Schwarzborn ist die Hase los. Schwarzborn will auch nicht. Schwarzborn soll mein Mehl sein. Gerade so geht. Otto, der Film. Ombel. Ombel. Der Film. Er ist Otto, der Film. Vielen Dank.